Herzlich Willkommen bei Payday! Hier! Ja, bei Payday 2 bei Paddeln auf dem Kanal. Jetzt hab ich dir alles gut gemacht, oder? Nein! Nein, nein, nein! Man muss ja nicht immer übel zu lange quatschen, man kann auch einfach mal blöd rein sabbeln. Am besten können wir mal anfangen. Hab ich. Soll ich jetzt lieber meine Kreiswege mit dem? Vielleicht brauchen wir die. Ja, mach mal. Dann bräuchte aber Muni. Ich hab Muni schon mit. Hast du auch Daniel? Was? Hast du auch Munition mit? Ja, ja. Oha, sehr schwer. Sehr schwer, die Mission. Gibt richtig viel Kohle. Wir rauben einfach jetzt hier irgendwas aus. Ja, irgend so'n Konvoi. Theoretischerweise, äh, gibt's auch ein paar Schleich-Missionen, aber, ähm, Daniel ist jetzt nicht so der Schleichfreude. Gleich schauen. Hast du nett ausgedrückt? Jo, da ist ja schon der Konvoi. Ah, hier Leute. Die kommen hier auf uns zugefahren. Ja, Daniel. Oha. Leute. Was denn? Da steigen ganz schön fettgepacktete Typen aus. Wie kommen wir denn hier runter jetzt? Das ist ja nicht der Typ. Der Typ ist runtergekommen. Ah, da ist eine Leiter. Wo ist eine Leiter? Ne, hä? Abflug runter da. Geht nicht. Durchs Haus? Ah, ne, ne, ich hab... Hier hinten geht's nach unten. Oh Gott, ist ja am Arsch der Welt, ey. Ja. Und der ist schon nach hinten, Alter. Hahahaha. Holt das Gold aus dem Transporter, steht da. Ja, ok. Der macht das hier schon fast allein, ne? Ok. Müssen wir ihn hier jetzt machen? Müssen wir da rüber hinkommen? Da hinten. Ach, da hinten. Da links. Der kennt den Job anscheinend schon. Umso mehr Geisen wir übrigens haben, ne? Benötigt C4. Der... Er C4? Ah, hat er mitgenommen bestimmt mal hinschauen. Oha, da kommt ja einiges an, ey. Wo denn? Na hier, überall. Bei den Schweinchen. Ok. Wenn ich das nicht aufsehen können? Oh, alter. Ja. Versucht Geisel zu nehmen, wenn ihr welche findet, ne? Ja. Schnüppel dich nieder. Oh, hier ist ganz schön was los, Leute. Daniel. Daniel gebrosten. Magic-Ding, ne? Flieger. Oh, Hands up. Jawoll. Oh, helf mir. Ich fliege auch. Ja, 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 ja. Ich kann jetzt grad nicht. Der hat mich schon geholfen. Warte, Paddel. Der Bohrer. Ey, diese Schilde. Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich fliege schon wieder, Alter, das gibt doch gar nicht. Oh nein, ich muss getasert, ey. Ich bin nur getasert worden. Boah, was da kommt? Daniel. So, komm her, ja. Oh, du bist besser. Guck mal hier. Oben im ersten Stock ist Munition. Warum platziert er das da oben? Warte. 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 Dugger Nords da. Ja. Das ist korrekt, der ist da. Jo. Ich hab nochmal einen Typen engagiert hier. Wo ist denn der Jugger noch? Wo ist denn der Jugger noch? Oh, hier ist auch Ninja, Alter. Ja, ja. Wenn du grüne Augen siehst, heißt das immer rennen. K.O., Alter. N.K.O. Wo ist denn? Da ist gleich oben, bei der Treppe. Der Jugger noch, oder was? Ne, ne, dieser Ninja. Ich bin von hinten irgendwo. Hau ab. Oh, hau ab. Oh, ne. Mich auch K.O. geschlagen. Hat mein Typ wieder Abgang gemacht? Komm schon. Alter. Der Taser hat mich der Wichser. Alter. Der Taser hat mich der Wichser. Alter. P-P-P-Paper Town. P-P-Paper Town. Da hinten ist wieder ein Jugger noch, glaube ich, oder? Ist das einer? Ne. Boah, Alter, was hier oben los ist. Brauch aber einen H Hier unten am besten rein. Irgendwo in den wo wir waren? Ja, genau. Hinten in der Ecke, ich Craft hier. Weil matin am besten man sich hinsetzen kann. ich muss zum bohrer deckung Spannend, spannend, spannend hier 8 Sekunden Einfach mal durchrennen, vielleicht brauchen wir dann keine Muni mehr Oh shit Alter, nehmt das Gold mit und dann bringt es weg 100 Meter müssen wir laufen mit dem Gold Soll ich euch warten, aber erst nehme ich nochmal Muni mit Oh, die sind erstmal weg Gold nehmen und dann erstmal wegbringen Ich würde sagen, euch läuft ja schon Ja, ich bin hinter dir Ich bin hinter Daniel quasi Alter, Fatal Wie lange wir brauchen, ey Oh, da vorne gibt es, oh Da vorne ist nochmal Munition Und Dings Ach du Scheiße, Helikopter, ey Ach so, das ist unser Helikopter, glaube ich Oh Hallo Alter, der macht das richtig, alter, der legt das auf dem Band Alter Ist ja schlau Ähm, wo geht denn das hier rein? Guck mal, und wir brauchen es jetzt nur noch vom Band entgegennehmen Ich muss die Sentries holen Nimm es vom Band und dann Man muss sich nur zu helfen wissen, ja? Oh Leute, hier ist ganz schön was los Alter, Hilfe, Hilfe Einfach weiterlaufen Nicht lang schnacken Kopf und Nacken Oh, da ist ein Juggernauk Oh, das ist nicht so geil Ah, der rennt auf mich zu Und mir geht's scheiße Der Jugger noch daun eigentlich? Wie schnell denn mit dem Gold? Das ist ja Wahnsinn, Sane Wie schnell denn mit dem Gold? Das ist ja Wahnsinn, Sane Hört's um Geld geht, Anna Oh Gott, ein Sniper Drei sogar Oh, das ist ja okay Backup, Backup, Backup Einen Schuss nur noch Einen Schuss nur noch Oh, oh shit, die kriegt man nicht down oder was? Haben wir alle Taschen eigentlich? Ich liege, ich liege Alter, jetzt müssen wir mal rennen Eine Tasche ist noch bei mir Ich hab noch eine Tasche Ja, ja, ich bin noch Oh, weg Den haben wir alles, oder? Das ist Owl, ja, sagt er Unser Heli hebt ab, komm raus da, Daniel Oh, okay Hoi, 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 hoi Jungs Wir müssen erst wieder die Sniper wegschaffen Warte auf die Falle Welche Falle denn? Ich hab keine Ahnung was die Trap ist Ist da noch Munition? Jaja Ja hier in der Mitte Ich hab auch noch Heelkits und so Reitet auf die Falle Pass auf Paddel Da kommt die Falle Falle? Wie sieht die aus? Guck nach oben Ach guck an Hier Linie 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 Kran zu starten Hab ich Kran startet? Kran kommt Hier kommt schon Kran Kran Ja nicht Munition war es jetzt? Da liegt Muni Äh... Energie Boah bin ich No way Warte ... ... ... Aber irgendwo noch Moni? Wo? ich zieh mich schon mal zurück zu dem wo er steht ich zieh mich schon mal zurück 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 komm durch 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 da lass ich euch noch mit zack level ab das ist richtig gut Das Schlachthaus merken wir auch und zwar Ja, auch vor allen Dingen Der Trick mit dem Fließband War auch sehr, sehr Schlau Ich will gar nicht wissen, was Daniel macht Daniel ist jetzt auch schon Ich bin jetzt auch bei Sechs Sieben Level Ah, das Achte kriegen wir auch noch voll Mitte, goldene Mitte Goldene Mitte Oh Bargeld 100.000 Ah, ich hab viele andere Dings Daniel Daniel läuft noch Tatenziehen wird erwartet Daniel ist gleich Ich weiß nicht, ob ihr das da jetzt noch mitzählen wollt Ähm, ich sag nein Und ich sag euch in der nächsten Folge, was er gezogen hat als Karte Ich hab ja Holz gezogen Oh Jetzt hat er noch Da ist er Was hat er hier gekriegt? Kohle So, ich danke euch fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Payday 2 Komm rein Bis denn dann Macht's gut Leute Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020